Ja ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 29.01.2023. Lasst euch jetzt mal hier ein paar Sekunden, dass ihr das erstmal da in der Headline da durchlesen könnt. Ja, hat mich dann auch beschäftigt, muss ich gestehen. Das wäre eigentlich das Hauptthema gewesen. Wollte jetzt gar nichts von You Watch bringen. Gibt es aber trotzdem zwei Beiträge, die eigentlich auch relativ gut dazu passen. Und an sich wäre das Video gar nicht mal so lange geworden. Es ist jetzt nicht überlang. Vor ein paar Tagen wollte ich mich, ihr kennt ihn ja noch vielleicht, den Gematria Stefan mit seiner Symbolik und sonst wie. Da hat er mich ja angesprochen gehabt, ob wir mal wieder was machen können. Habe ich gesagt, sehr gerne, haben wir probiert. Ist aber komplett schief gegangen. Aber jetzt nicht, weil der Beitrag scheiße war, sondern weil die Technik mal wieder versagt hat. So habe ich ihm dann den Vorschlag gemacht. Er braucht ja mich dabei nicht haben, was er dann bringen möchte. Soll er dann mal auch aufzeichnen. Und ich bringe es gerne in ein Video rein. Und so ist es geschehen. Insofern ist es jetzt wieder ein bisschen länger. Aber nochmal zum großen Glück unter einer Stunde zumindest. Das konnte ich halten. Interessant allemal. Und könnt ihr euch dann anschauen, anhören bei VK, Bitshoot, Odyssey oder Rumble. Und dann zur geliebten Lieblingsplattform gelangen. Und dann vielleicht bis gleich kann es euch auch nur empfehlen. Tschüss.